Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Discord-Coden und zwar Bots natürlich, also nicht Discord selber coden, sondern die Bots für Discord, klar. Heute geht es um Intents. Intents sind eine Möglichkeit, wie ihr eurem Bot nicht mehr alles zur Verfügung stellt, sondern eben nur noch gewisse Intents, Absichten sozusagen für euren Bot definiert. Und die sind mehr oder weniger neu geworden oder neu dazugekommen in der Version 1.5, was noch gar nicht so lange her ist, wobei es doch schon ein bisschen her ist, aber deswegen habt ihr die auch bei mir noch nicht gesehen bisher. Intents sind erstmal freiwillig, aber wenn es sogenannte privilegierte Intents sind, dann muss man da tatsächlich was dafür tun und die kriegt man nicht mehr einfach so. Das heißt, es kann sein, dass ihr Schwierigkeiten hattet beim Auslesen von, ob Leute online sind oder ob irgendwas passiert ist oder, oder, oder. Und das hat mit Discords Security-Richtlinien zu tun. Und die, ja, haben sie einfach überarbeitet. Also das ist was Gutes eigentlich, aber es macht natürlich den Entwicklungsprozess ein bisschen komplizierter. So, deswegen, was müsst ihr tun? Ihr könnt eurem Bot sagen, ihr wollt einige Intents mitgeben. Das heißt, sowas wie Intents ist gleich Discord.intents.irgendwas. Punkt, sagen wir mal, Default. Ja, das sind die Standard Intents. Und hier drin könnt ihr jetzt angeben, dass ihr diese Intents haben wollt. Das heißt, Intents ist gleich, ähm, ja, was wollen wir denn haben? Naja, wir haben es Intents genannt, also, so. Okay, und was das jetzt bedeutet ist, ihr habt die Standardrechte oder die Standardbenachrichtigungen bekommt ihr hier. Standardbenachrichtigungen bedeutet erstmal, das könnt ihr hier nachlesen, in den Docs übrigens, das sind alle, also, alle diese Dinger hier, außer, Sekunde, hier ist es, ich hab's gefunden. Ähm, und zwar, mit Default bekommt ihr alle Intents, außer Presence und Members. Und das heißt, ihr bekommt alle Events geliefert an eurem Bot. Also, das hier ist ja ein Event. Das heißt, ihr könnt ja alle Events benutzen, wenn ihr Default sagt, außer alles, was mit Members zu tun hat und was mit Presence zu tun hat. Ihr könnt nachgucken, was mit Members eigentlich gemeint ist. Hier haben wir einmal On-Member-Join. Das heißt, dieses Event gibt es bei euch nicht mit Default. Und das ist der Standard jetzt mittlerweile. Es gibt auch On-Member-Remove. Das werdet ihr nicht bekommen. Dieses Event kommt einfach nicht bei euch an. Und, äh, das ist normal, sag ich jetzt mal, wenn wir nochmal ganz kurz hier zurückgehen. Ähm, Presence ist genau dasselbe. Das heißt, ihr könnt nicht auslesen, wenn ein Member irgendwas updatet. Und ihr könnt eben nicht den Status oder die Activities oder den Raw-Status auslesen von euren Membern. Wenn ihr das braucht, also wenn ihr irgendwas mit den Membern braucht, dann müsst ihr etwas Spezielleres machen. Und zwar sagen wir dann, dann brauchen wir nicht Default, sondern wir brauchen All. Und dieses All, das, äh, ist ein bisschen schwieriger. Denn dann muss man hier auf der Entwicklerseite von eurem Bot. Das heißt, da, wo ihr quasi unter developers.discord seid, äh, unter Bot. Und hier könnt ihr dann die Privileged Gateway Intents freischalten. Das ist neu dazugekommen. Das sind diese Intents, die eben genau das erlauben. Das heißt, wenn ihr Presence wollt, also quasi gucken wollt, ob Leute online sind, was sie verändern, ob irgendwas passiert mit den Nutzern, müsst ihr hier den Haken setzen. Dann Server-Members-Intent, müsst ihr auch hier den Haken setzen. Wenn irgendwie ein neuer Member draufkommt auf den Server und ihr wollt das tracken, dann müsst ihr hier tatsächlich den Haken setzen und Save Changes machen. Und ja, das geht recht einfach. Und dann könnt ihr das hier auch soweit benutzen in Discord oder in eurem Bot. Dann könnt ihr hier alles machen, was ihr davor auch gemacht habt. Aber nur, solange euer Bot nicht auf 100 oder mehr Servern online ist. Mein Bot ist jetzt der Tutorial-Bot, der ist nur auf einem einzigen Server online. Aber wenn ihr einen Bot schreibt, der auf mehreren Servern online sein soll, zum Beispiel ein Spiel, was vielleicht von ein paar hundert Discord-Servern oder sowas verwendet werden soll, irgendein öffentlicher Bot also, dann müsst ihr euren Bot whitelisten lassen. Also ihr müsst ihn wirklich von Discord verifizieren lassen. Dazu müsst ihr dann dem Discord-Team eine E-Mail schreiben. Das könnt ihr machen, sobald ihr auf mehr als 76 Servern seid, beziehungsweise 76 oder mehr Servern seid. Könnt ihr den Leuten von Discord quasi schreiben, ey, verifiziert mal bitte meinen Bot. Einfach eine Support-E-Mail schreiben. Da gibt es auch eine Anleitung hier unter Read More. Und dort müsst ihr dann quasi hinschreiben, bitte verifiziert meinen Bot. Das ist wichtig. Ich brauche das, weil ich das und das mache. Und dann könnt ihr diese Intents oder diese Events auch weiterempfangen. Aber wenn ihr hier eben nur Intents.default habt, was wie gesagt der Standard ist, dann kann ich es auch rauslassen. Also das ist dasselbe, als würde ich gar nichts schreiben, mehr oder weniger. Dann bekomme ich hier eben nur die Events, für die ich mich registriert habe. Also die Standard-Events und eben nichts, was mit Members und Presence zu tun hat. So, das war jetzt viel Gelaber. Es hat wenig mit Codes zu tun gehabt dieses Mal, aber es ist trotzdem super wichtig gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.